Guten Tag, ich bin Peter Unbehauen. Heute geht es hier bei mir um ein Füllhalter- und Kugelschreiber-Set der Firma ONLINE aus Deutschland. Ein sehr schönes Set. Wir gucken uns das Ganze gleich aus der Nähe an. Ein Kugelschreiber und ein Patronenfüller. Beide sehr schön und aufwendig gemacht, aber trotzdem preisgünstig. Wir gucken uns das aus der Nähe an. Es handelt sich um ein Füllhalter mit einer Medium-Feder. Okay, gleich also aus der Nähe. Hier haben wir das Set. Wir haben hier den Kugelschreiber. Es handelt sich um einen Drehkugelschreiber. Und hier haben wir den Füllhalter. Es handelt sich um einen Patronenfüller. Moment, bestückt mit einer schwarzen Patrone. Clip. Das Ganze sehr schön gemacht. Also kein billiges Plastikgefühl, sondern eine angenehme Haptik, der das Griffstück von allen Griffmulden und so weiter befreit. Wirklich liegt perfekt in der Hand. Und wir gucken uns das Gleiche nochmal aus der Nähe an. Eine Plumafuente, muy bonita, blanco, con un Clip de Metall, aquí, por des PSC, aquí, in el medio, el emblema de Honda. Und wir betrachten die Feder aus der Nähe. Mit Iridium-Spitze. Und hier am unteren Rand der Feder können wir sehen, das M für Medium. Online in Germany. Um den Füllhalter zu reinigen, entfernen wir die Patrone. Nehmen dieses Tuch und ziehen die Feder aus dem Halter heraus. Im Moment ist sie natürlich noch sauber. So, dann wird die Feder so aufgesetzt. Dass sie wieder hier genau in der Mitte aufliegt. Und dann der gleiche Prozess umgekehrter, in umgekehrter Weise. Und hier die Stelle suchen. Wir merken zum Beispiel, hier lässt er sich nicht schwer hier reinschieben. Und hier ist die Feder wieder an die richtige Stelle. So. Und jetzt den Punkt suchen. So reinigt man die Feder und so macht man die Finger schmutzig. Pan writes. It's a medium nip. You just get a little bit of flex, but not too much. It's a pan for daily writing. Ding. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020